Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 2. April 2019, Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Heute verspüren wir die Bedürfnis nach Nähe, Geborgenheit, Fürsorglichkeit. Es ist nicht nur dieses Bedürfnis da, sondern wir werden das auch empfangen. 3. Tiefen Gefühlen, intensiven Gefühlen, Nähe, Geborgenheit und Fürsorglichkeit. 4. Nicht nur die Gefühle nehmen wir so intensiv wahr, sondern wir möchten etwas in Bewegung setzen. 5. Besonders die Männer werden gerade ihre Ideen im Tat umsetzen. Das ist schon Tatkraft. 6. Worauf wir achten sollen, das sind die Geheimnisse, was passiert hinter unserem Rücken. 7. Viel Geschwätze. Das sollen wir auch bewusst wahrnehmen. Und das war Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das inneren Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema zu ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unseren Beziehungen. Weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in der Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären. Jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist. Warum läuft es nicht rund? Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasuzannamedici.com Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu. Dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so? Und erkennt ihr die Muster von der Kindheit? Entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.